So, guten Abend beim Videodeal. Jetzt machen wir erstmal Mucke. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ist das nicht? Hammerlaut! So, zum Vorfeld soll es mal reichen. Machen wir wieder aus die Mucke, weil wir wollen ja was hören, was wir heute im Videodeal haben. Von Trust haben wir im Videodeal, im Videodeal natürlich, dieses 2.1 Soundsystem. 2.1, zwei Satelliten und ein Subwoofer. Ein richtig geiles Teil von Shast mit einer Leistung von 70 Watt. Schau mal hier drauf, da steht 2.1, Storm heißt das Ding, 70 Watt. Geht auch für iPhone oder iPad mit Kopfhöreranschluss, eine Fernbedienung, eine Kabelfernbedienung, sage ich gleich noch, für PC, Mac oder auch für den Fernseher. Wenn man so einen Fernseher, die Flachbildglotzen, die haben ja alle keinen Sound, wenn der kleine Lautsprecher, stellt man sich so eine Soundbar. Hier ist die Fernbedienung, eine Kabelfernbedienung, die kann ich mir zum Beispiel hinlegen an den Fernseher, Lautstärke regeln, kann ein Kopfhörer anschließen. Und wenn ich möchte, und ich möchte kein Fernseher, sondern Radio vom Handy, kann ich über ein AUX-Kabel auch noch ein drittes Gerät daran anschließen, wovon ich dann zum Beispiel MP3 oder Ähnliches wiedergeben kann. Das Soundsystem hat hier den AUX-Anschluss, da habe ich jetzt mal unseren Music-Man angeschlossen, der gehört natürlich nicht dazu, den mache ich jetzt mal ab. Der gehört nicht dazu. Da ist der AUX-Anschluss, da kann ich zum Beispiel am Fernseher dran, MP3-Player, PC, wie schon gerade gesagt. Ich drehe das Ganze mal um, damit ihr auch mal die Anschlüsse seht. So sind die Anschlüsse, der Ein- und Ausschalter. Zack, schalten wir mal aus. Bassregel, Lautstärkeregel, ich kann also den Bass extern nochmal regeln. Wenn man das zu sehr wummert, nehme ich einfach ein bisschen Bass raus, dann wird es nicht so laut. Natürlich kann ich das AUX-Kabel auch abmachen und ein extra Chinch-Kabel anschließen für eine Stereoinlage oder Ähnliches. Also Möglichkeiten ohne Ende. Hier drüben drehe ich auch nochmal rum, damit ihr das seht. Das Bassreflexrohr, da kommen die besser rausgesammelt. Das ist das ganze Teil, haben wir jetzt im Video-Deal zum Preis von 29,99 Euro. Hammer Preis, kostet im Handel glaube ich 60 oder 70 Euro, 70 Euro glaube ich. Also 29,99 Euro im Video. Das ist das Paket, haben wir euch schon gezeigt. Das ist das Paket, 29,99 Euro plus Versandkosten. Und hier ist er wieder, der Versandkostenschmerzminderungsbeitrag. Dann geben wir euch mal ein paar DVDs zu. Da greife ich einfach mal in die große Kiste, hole ein paar DVDs raus. Wir machen 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Also DVDs im Wert von 20 Euro ungefähr. Packen wir euch mit rein. Die sind nicht wählbar, die gibt es einfach so dazu. Da greife ich mal in die Kiste, packen wir rein. Was drin ist, ist drin. Auf geht's, vorne, oben, unten, hinten klicken, bestellen, Menge ansagen. Dann kriegt ihr die Rechnung, überweisen oder mit Paypal-Löhnen geht neuerdings glaube ich auch. Und dann ist die Ware auf dem Weg zu euch. Viel Spaß beim Bestellen. Ich wünsche euch was. Bis bald.